ach so und nach real talk hier mein mein hauptziel ist auf jeden fall dass dieser kanal hier so aus dem geistes gestört wird das ist dann eine komplette gegenseite zu mein hartkanal darstellt ja doch das schaffe ich das schaffe ich das braucht nur viel konzentration kreativität und durchhaltevermögen und das sind die dinge die hier selbst gegenüber erfüllen muss